Hallo YouTube! Wir schauen jetzt Beleidigungen, Ermahnungen und Zwischenrufe. Best of Bundestag. Ich bin sehr gespannt. Klingt vielversprechend. Mal schauen, was hier so im Bundestag gesagt wird. Abgesehen von einem böhmischen Gefreiten hat noch nie jemand so viel Unglück über Deutschland gebracht wie diese ehemalige Bundeskanzlerin. Von 2016 bis 2020 gab es insgesamt rund 2.000... ...gesagt, dass noch nie jemand so viel Unglück über Deutschland gebracht hat wie Angela Merkel. Mir würde da jetzt mindestens eine Person einfallen. Na, außer Hitler. Ja, aber trotzdem gibt es da genug Leute, die da auch schon anderes getan haben. Auf jeden Fall gab es auch in der NS-Zeit mehr Menschen als nur den einen, der Probleme gemacht hat. Das Problem ist sehr nett ausgedrückt. Tötungsdelikte in Deutschland, bei denen mindestens ein Zuwanderer als Tatverdächtig ermittelt wurde. Von Verletzten und Vergewaltigten in riesigen Tausender... Okay, und dann gleichzeitig noch gegen Ausländerhetzen. Perfekt. ...ganz zu schweigen. So viele Menschen hat nicht einmal die SED an der Mauer erschießen lassen, deren Nachfolgepartei heute hier unter uns sitzt und sich als lupenreine Demokraten geriert. Herr Kollege Keuter, wir... Was war das für eine Debatte? Also erstens, wie widerlich willst du als Mensch sein? Und zweitens, worüber ging es da gerade? Wir sind ja ein freies Land und ein freies Parlament. Man kann hier in diesem Parlament alles sagen und jede Meinung äußern, auch wenn ich in die Gesichter schaue, viele ihrer scheinbaren Fakten hier niemand teilt. Aber was nicht geht, sind persönliche Beleidigungen. Und was auch nicht geht, ist, so en passant Personen aus der Politik dieses Landes gleichzusetzen mit solchen, die im Nationalsozialismus Macht hatten. Also ich muss sagen, ja, das ist eine der problematischen Sachen daran gewesen, aber ich finde das andere auch nicht okay. Also die Hetze war... Also ja, natürlich, Beleidigungen gegen Merkel war auch nicht cool so. War auch schon ziemlich widerlich, das auf eine Ebene zu stellen. Aber das danach war jetzt auch nicht besser. Deswegen sage ich Ihnen ganz klar, das ist unparlamentarisch und das werden wir in diesem Haus nicht dulden. Herzlichen Dank. Wer auch dabei lächelt. Wie kann man denn die wählen? Wie kann man sich denn denken, oh, ja, die Hetzen gegen Menschen? So richtig eklig? Verharmlosen den Nationalsozialismus und Hitler? Die wähle ich. Meine Damen und Herren von der Opposition, ein kleiner Ausflug in die Geschichte gefällig. Seit 2005 haben Sie als Union die Verteidigungsminister gestellt. Wo war da eigentlich Ihre große Unterstützung? Nichts als Lippenbekenntnisse, hohle Loyalitätsadressen und Sonntagsreden, meine Damen und Herren. Und wenn Sie seit 2005, wenn Sie seit 2005 diese Bundeswehr nicht Jahr um Jahr mit einem Sparprogramm überzogen hätten, wenn Sie nicht in der, nicht immer her... Ist das nicht von der FDP? Scholz. 2009 bis 2013 haben Sie... Wissen Sie was? Franz Josef Strauß hat mal gesagt, ein Kehlkopf ersetzt noch keinen Kopf. Ich weiß nicht, wieso ich da jetzt gerade drauf komme. Aber... War Sie auch nicht. Heute, zwei Jahre nach der großen Fortschrittskoalition, schreiben die Medienhäuser in Deutschland Folgendes über ihre Digitalpolitik. ZDF, Digitalisierung, Schneckentempo reloaded. Ja, das ist jetzt nach den zwei Jahren passiert. Das ist nicht, weil man davor die ganzen Jahre komplett zurückgespart hat, was jegliche Digitalisierung angeht. Nein, nein. Das ist jetzt wegen den zwei Jahren der neuen Regierung. Nicht wegen der CDU die ganzen Jahre davor. Nein, nein, das kann ja gar nicht sein. Süddeutsche Zeitung. Also tragen Sie das doch bitte vor, was Sie vortragen möchten, aber jetzt nicht die ganze Zeit Plakate hochhalten. Doch, ich gehe auch nur dahin, um Plakate hochzuhalten. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte nur sagen, es ist etwas schwer, von hier aus immer genau zu überblicken, was Sie da nun gerade hochhalten. Ich unterstelle Ihnen gar nichts Böses, aber Sie wissen, dass da schon so manches passiert ist. In welche Richtung guckt sie? Da ist das nicht CDU oder AfD. Da würde ich nämlich schon Böses unterstellen. Was nicht unbedingt der Würde dieses Hauses entsprach. Es ist heute irgendwie der Tag der Plakate. Ich bitte Sie wieder, auf Ihre Rede zurückzukommen und mit Rede und Gegenrede diese Argumentation weiterzuführen. Auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz machen Sie Menschen krank. Frauen badet... Oh mein Gott, Selbstbestimmungsgesetz-Debatte. Frage Frauensauna, Frauenduschen, Frauentur... Ja, Frauenduschen machen Menschen krank. So, das sind einfach so viele Buzzwords und eigentlich, Moment, hört kurz zu, weil das ist ein unfassbar gutes Beispiel für eine Konversation mit Scheißefluten. Und das jetzt ist ein sehr gutes Beispiel für, warum man Menschen, Rechte und Rechtsextreme nicht mit denen live redet. Genau das ist der Grund dafür. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz machen Sie Menschen krank. Frauenbadetage, Frauensauna, Frauenduschen, Frauentoiletten, Frauenhäuser, Frauengefängnisse. Und jetzt versuch das mal alles zu widerlegen in kurzer Zeit. All die Punkte. Challenge accepted. Aber kannst du nicht, vor allem du hast ja auch hier ja nur eine gewisse Redezeit. Du hast in Talkshows nur eine gewisse Redezeit. So, und du musstest jetzt alle diese einzelnen Punkte, die er gerade in kürzester Zeit aufgezählt hat, eigentlich widerlegen. Und das kannst du nicht. Weil dafür die Zeit nicht da ist. Und du vielleicht auch nicht alles davon, weil es so viel Bullshit ist. Vor allem, ja, die hinter ihm gucken auch so. Hört ihr das gerade? Ist das dein Ernst? Was lautet für eine Scheiße? Und allen nennenswerten Frauenschutzorganisationen widersprechen. Was? Wem widersprechen die? Was widersprechen die? Dass das Selbstbestimmungsgesetz Menschen krank macht? Wo widerspricht das denen? Was ist bei Frauensaun? Was ist bei Frauenduschen? Was ist bei Frauen? Was hat der noch alles aufgezählt? Das war richtig viel. So, es macht Menschen nicht krank. Dafür könntest du jetzt, dann kommt wieder die nächste. Transfrauen gefährlich sind in Frauenschutzräumen und Umkleiden. Ja, aber das ist ja nicht nur Frauenschutzräumen und Umkleiden, sondern ja verschiedenste Sachen aufgezählt. Und bei denen musst du jetzt allen entkräften, warum das so ist. Auch zu sagen, Frauenschutzorganisationen widersprechen. Warum widersprechen die? Was sind deren Argumente? Einfach zu sagen, Frauenschutzorganisationen widersprechen, das wird nicht reichen. Badetage, Frauensaunen, Frauenduschen, Frauentoiletten, Frauenhäuser, Frauengefängnisse. All diese Errungenschaften werden obsolet, denn je... Ich finde es auch spannend, Frauengefängnisse als Errungenschaft zu definieren. Ist auch ein spannendes Ding. Jeder Perverse kann da künftig einfach so rein spazieren und vor den Frauen mit... Ja, dann kommt auch gerne, ich kenne da eine Story, da viele Frauen sagen mir... Genau, richtig. So, es ist einfach... Du kannst dagegen, weil die meisten Sachen sind komplett haltlos und die sind komplett an den Haaren herbeigezogen. Aber deswegen kannst du halt auch vieles... Kannst du auch einfach nur sagen, so, nee, das ist Bullshit, weil... Wie willst du es sonst widerlegen, weil einfach nur irgendein Quatsch erzählt wird? Und Seras, vielen, vielen lieben Dank für deinen Selbstupport. Vielen, vielen lieben Dank. ...seinem Dingwedeln. Und wenn die Frauen sich dann beschweren... Aber das heißt, mit dem Dingwedeln ist einfach komplett drüber, so als ob das passieren würde, oder dass trans Frauen auf irgendwelche Toiletten gehen und mit dem Ding rumwedeln würden. So, das ist ja auch kompletter Bullshit. So, aber das musst du dann alles widerlegen. ...einfach so rein spazieren und vor den Frauen mit seinem Dingwedeln. Ja, auch dieses einfach rein spazieren und mit dem Dingwedeln... Wusstet ihr, dass das Männer jetzt auch können? Ohne Probleme ist das jetzt möglich. Und wenn die Frauen sich dann beschweren, dann wird nicht wie bisher der Perverse aus dem Frauenklo geworfen und bestraft... Natürlich, wenn du mit deinem Ding vor irgendjemandem rumwedelst, ist das immer noch Belästigung und sexuelle Belästigung. Da ändert das Selbstbestimmungsgesetz nichts dran. So, und das sind all die Sachen, du müsstest jedes davon entkräften. Das ist so viel Bullshit. Anderes Argument in anderen Ländern mit Selbstbestimmungsgesetz ist nichts davon eingetroffen, wovon die waren. Ja, das reicht doch auch leider nicht. Kennst du die Debatte über das Thema? So oft wie ich darüber debattiert habe... ...funktioniert's nicht. Diese Männer können einfach die Tür zu den Frauentoiletten öffnen, da muss man nicht die Identität ändern, ja. Klingt die Debatte sehr ausführlich. Ja, dann weißt du doch auch, dass das leider kein Argument ist, was irgendwie was bringt, wenn man mit solchen Menschen redet. Oder Menschen, die darauf anspringen. Nein, das werden die Frauen bestraft, die sich beschweren, weil sie angeblich den Mann diskriminieren, indem sie nur sagen, dass er ist, was er ist, nämlich ein Mann. Dieses Selbstbestimmungsgesetz so... Menschen hören das und haben Angst davor. Und dann sagst du, ja, in einem anderen Land, da ist sowas auch nicht vorgekommen. Ja, haben wir das Selbstbestimmungsgesetz, Argentinien zum Beispiel. Und dann sagen die, ja, das ist was anderes. Ja. Noch nicht mit Nazis, aber Leute, die sich Sorgen machen, aber nicht zwangsweise gegen Transmenschen sind, kannst du damit ansprechen. Aber du musst halt auch... Also, das ist halt... Für mich ist das Ding, du musst halt direkt die Sachen ansprechen. Weil indem du einfach sagst, so, ja, Frauenorganisationen sagen da was anderes oder das sagen was anderes, ja, okay, dann sagen die was anderes, aber was sagen die? Was ist denn in den Ländern passiert? Was ist die Regelung in den anderen Ländern? Was macht die Regelung in anderen Ländern anders als zu der Regelung in Deutschland? Warum könnte das andere Auswirkungen in Deutschland haben als in anderen Ländern? Weißt du, was ich meine? Also, es sind ja viele Sachen, die da immer noch offen sind und keine krasse Substanz haben. Ich hätte es nicht so optimal, ein, zwei Sätzen das niederzuschreiben. Voll! Und eben, das ist genau das, was ich meine. Im Twitch-Chat ist es nicht optimal und eben auch im Bundestag ist es nicht optimal, weil du eben dort auch eine sehr begrenzte Redezeit hast. Und auf Twitch, wenn du eine Talkshow oder sowas hast, ist deine Redezeit auch begrenzt. Und deswegen lädst du keine Nazis und keine AfDler ein in eine Talkshow oder sowas. Einfach deswegen machst du keine Plattform. Natürlich kannst du all die Sachen entkräften, aber du kannst es nicht in der Zeit und nicht in der Geschwindigkeit machen, wie die die Scheiße raushauen. Und das ist mein Punkt. Also einfach, dass du Nazis keine Plattform bietest. Nicht. Und das heißt auch nicht, dass man nicht privat Gespräche führen kann mit Menschen, die rechts sind oder sowas. Sondern einfach, dass du sie nicht einnetzt und ihnen keine Plattform bietest, weil sie so viel Scheiße raushauen. Und dafür ist er ein unfassbar gutes Beispiel. So wie es geplant ist, dieses Selbstbestimmungsgesetz, so wie es geplant ist, ist nichts anderes als ein Freifahrtschein per Perverse. Und das halte ich nicht nur als Sohn einer Mutter, als Mann einer Ehefrau und als Vater von Töchtern für gefährlich. Auch als Bundestagsabgeordnete halte ich es für völlig unverantwortlich. 42 Millionen Frauen, die Schutzbereiche zu nehmen. Werden sie nicht. Auch hier, wie sagt deine Argumente, das sind ja die richtigen Sachen. So, also es werden keine Frauenschutzräume genommen, nirgendwo. Ähm, keiner wird es, also einmal wird niemand das Selbstbestimmungsgesetz durchmachen, einfach nur um in einen Frauensauna oder in eine Frauentoilette zu gehen, weil das geht einfach so viel leichter. Du musst einfach reingehen, ähm, statt alle Sachen zu ändern und dann drei Monate zu warten, bis du dann nochmal ändern kannst. Und warum? Muss niemand machen. Und da wartet die Person lieber kurz draußen, als da diesen Weg zu machen. Und, also, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, zusätzlich nimmt es auch keine Frauenhäuser. Frauenhäuser-Koordinationen haben sich dazu geäußert, dass das überhaupt keinen Unterschied macht, weil auch jetzt immer pro Einzelfall entschieden wird, wer reinkommt und wer nicht. By the way, gibt es auch Einzelfälle von Männern, die in Frauenhäuser gelassen wurden. Dafür brauchten die keinen, keine Personenstandsänderung oder irgendwas, sondern mussten schutzbedürftig sein aus speziellen Gründen. Also, auch das ist immer noch genauso geregelt wie vorher, der, also, die Eintragung im Personenstandsregister ändert nichts daran. Wir müssen ja auch dazu sagen, und das gilt nämlich auch für Frauentoiletten, Frauensaunen und so weiter und so fort, das steht nicht im Ausweis. Das Geschlecht steht nicht im Ausweis. Und du gehst nicht zu irgendeiner Toilette hin oder sowas und zeigst deine Geburtsurkunde vor. Niemand macht das. Das brauchst du nicht. Das brauchst du heute nicht. Das brauchtest du vor dem Selbstbestimmungsgesetz nicht. Das ist ja noch gar nicht in Kraft, aber das brauchst du auch danach nicht. Das ändert nichts. So. Und auch jetzt gehen Transfrauen, ja, ich weiß, das ist krass, auch Transfrauen, die einen Penis haben, gehen in Frauenbereiche, weil Transfrauen sind Frauen. Und mit dem TSG ist das ja auch jetzt schon möglich, weil es gab einen Paragrafen, der das gezwungen hat, dass Menschen die Genitalien angleichen müssen, bevor sie das machen. Das gab es. Das wurde ausgesetzt, weil es menschenverachtend waren. Und was die AfD hier fordert, ist nichts anderes, als diese Menschenverachtung wieder zurückzuholen. So, aber das sind halt alles Dinge, die du so und dann, also man müsste sie ja noch ausführlicher eigentlich ausführen, gerade weil da viel mehr Sachen aufgezählt hat. Ähm, sind das Dinge, die du so in einer Talkshow überhaupt nicht machen kannst, weil du es auch nicht posieren kannst. So, in der Zeit, wo ich das jetzt gesagt habe, wäre noch so viel mehr Scheiße mir entgegen geflogen, die ich dann auch wieder hätte entkräften können. Und der Punkt ist, ich hätte das alles entkräften können und also entkräften müssen. Und das heißt, all meine Sachen, die ich ansprechen wollen würde bezüglich dieses Gesetzes, könnte ich nicht ansprechen. Meine ganze Zeit und meine ganze Redezeit würde ich nur darauf verschwenden, Sachen zu widersprechen, die Lügen sind. Das wäre alles. Und die würden ständig ihre Sachen durchbekommen, weil wenn sie unwidersprochen stehen geblieben werden würden, wäre es auch grauenvoll. Das heißt, sie geben vor, worüber geredet wird und sie bekommen ihre Talking Points durch und ich bin die ganze Zeit in der Situation, wo ich das verteidigen muss. Das heißt, niemals sollte man so Menschen einladen und mit denen reden, weil sie immer vorgeben, worüber geredet wird und das ist der absolute Bullshit. Ah, ich habe im Umfeld, wo du dich letztlich über eine Pride Flag im Rewe aufgeregt, mein Kommentar zu dem Typen war nur, komm mal runter. Ja, das ist ja auch, dass Leute sich darüber aufregen. Also hier ist immer, also das komplette Ja über am Rewe eine Pride Flag. Nicht genug Finger, um mir zu zeigen, wie viele Cis-Zitro-Männer mich schon belästigt haben oder noch schlimmer. Und kein einziger davon hat sich dafür als Frau verkleidbar Rücksicht auf Schutzräume genommen. Ja, keine Worte je belangt, wenn Männer übergriffig sein wollen, dann machen sie das einfach, gibt ja keine Konsequenzen. Also was soll das mit trans zu tun haben? Danke. Das ist halt genau das. Und komisch, helft ihr noch wundervoll und vielen lieben Dank für die Cis-Zitro-Serie. Die meisten sexuellen Gewalt geht statistisch von Cis-Zitro-Männern aus und das ist noch nach und vor SBG illegal. Klar gibt es auch Trans-Personen, die sich in solche Gewalt beteiligen, aber das sind weder systematisch noch ein Problem. Und zweitens ist es nach aktuellem Gesetz trotzdem strafbar. Exakt. Also es ändert ja auch nichts daran. Also ja, auch Trans-Frauen können übergriffig sein, das sind keine heiligen Engel und so weiter und so fort. Natürlich können Trans-Menschen übergriffig sein. Keiner ist frei davon, sondern keine Menschengruppe vor allem. Es ist keine homogene Masse. Aber das ändert nichts daran, dass es immer noch Frauen sind. Und es ändert nichts daran, dass Trans-Frauen im Vergleich zu vielen anderen auch Gruppen und marginalisierten Gruppen sehr, sehr viel diskriminiert werden und sehr viel Gewalt erfahren. Und die auch eben Schutzräume brauchen. Und eben, wie gesagt, ich würde auch eine Toilette nicht als Schutzraum bezeichnen, weil, wie gesagt, jeder da einfach reingehen kann. Ohne Probleme. Da ist keine magische Barriere davor. So ist existiert einfach nicht. Und doch, also auch wenn er es anders darstellt, natürlich ist sexuelle Belästigung auch danach noch sexuelle Belästigung. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber auch Cis-Frauen können andere Frauen sexuell belästigen. Und die kommen auch einfach da rein. Und dann sollten wir nicht was gegen bestimmte Menschengruppen machen, die eh schon diskriminiert werden, des Todes so. Sondern einfach gegen den Umstand, gegen sexuelle Belästigung sein. Und was man gegen sexuelle Belästigung machen kann. Aber hey, das geht denen nicht darum, irgendwie als Ziel zu haben, dass wenige Menschen belästigt werden, sondern es geht ihnen einzig und allein darum, dass Trans-Menschen diskriminiert werden. Das ist das Ziel der AfD. Die AfD setzt sich nicht für Frauen ein und auch nicht für Frauenrechte. Vielleicht für rechte Frauen, aber auch eigentlich das nicht, sondern nur für Rechte, aber nicht für Frauen. Und das ist halt das Ding. Also wenn Frauen die AfD wählen, werden sie mehr diskriminiert. Weil die AfD eine Partei ist, die Frauen einfach in ihren alten Geschlechterrollen sehen möchten. Und das ist vor den Herd, Kindererziehung und gut ist. Abhängig machen von Männern. Das ist das, was die AfD möchte. Und keinen Schutz von Frauen, auch wenn sie das hier wieder propagiert. Und Seras, vielen lieben Dank für 100 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Und sie der Willkür von Perversen überall auszusetzen. Herr Kollege, ich weise Sie darauf hin, dass Beleidigungen von Personen, ob sie in diesem Haus Mitglied sind oder auch nicht, die Menschen in ihrer Selbstbestimmung als Abnorm oder von der Norm abweichend bezeichnen. Doch das Wort, was ich hier umschreibe, ist mehrfach gefallen. Das ist unseres Parlaments nicht würdig. Darauf weise ich Sie ausdrücklich hin, Herr Kollege. Frau Schutz für konservative und rechte Menschen ist ja auch nur dann ein Thema, wenn es nützt, andere marginalisierte Menschen zu diskreditieren und zu unterdrücken. Voll. Total. Das ist bei allen möglichen konservativen Themen so. Also es geht ja nicht nur beim Frauenschutz. Zum Beispiel jetzt, was auch so Dinge sind gegen das Gendern. Das Argument hier gegen das Gendern ist ja auch zum Beispiel, dass Menschen, die halt diese Rechtschreibschwäche haben und Co. das schlechter lesen können, oder Menschen, die gerade Deutsch lernen, dass das für die schwerer ist. Und das ist dann aber nur ein Thema, weil gerade Menschen mit Behinderung sind kein Thema für konservative und Rechte. Also es ist nichts, was sie sonst unterstützen, sondern wogegen sie arbeiten. Aber dann, wenn es gegen was anderes ist, was progressiv ist, dann nutzen sie die eben als Schutzschild für ihre konservative Scheiße. Anstatt zu gucken, okay, wir wollen inklusivere Sprache, aber wir wollen, dass die sehr zugänglich ist, dann könnte man Lösungen finden und Lösungen entwerfen. Das würde auch gehen. Wir könnten mit einem progressiven Ansatz gemeinsam an solche Dinge rangehen. Aber das ist nicht deren Ziel. Deren Ziel ist es nicht, irgendwas zu verbessern, sondern einfach nur Marginalisierung gegeneinander auszuspielen. Faktenwidrig behauptet die AfD in ihrem Grundsatzprogramm, Zitat, Das ist so ein Quatsch, ne? Als ob das an Muslimen liegt, weil Christen das keine Arschlöcher sein können. Und auch das, ich finde diese Diskussion, gerade mit Religion und mit aus welchem Land welche Person kommt, so bescheuert. Weil am Ende des Tages ist es nicht schlimm, ob eine Person jetzt aus einem anderen Land kommt, sondern die Einstellung ist das Problem. Das heißt, wenn du rechts bist, bist du das Problem. Egal aus welchem Land du kommst, weil überall sind rechte Menschen Arschlöcher. Und ja, es gibt in jedem Land rechte Arschlöcher. Aber die sind das Problem. Menschen sind ein Problem, wenn sie gegen andere Menschen und Menschengruppen sind. Also wenn du sagst, ich bin gegen Menschen mit Behinderung, ich bin gegen queere Menschen, ich bin gegen Frauen und Co., dann ist das diese Einstellung das Problem. Und nicht das Problem, woher sie kommen oder an was sie glauben. Weil das können Christen genauso gut wie Muslime. Das ist, die tun sich da nichts. Und auch Atheisten tun sich da nichts. Also da gibt es Menschen, die sind rechts und die sind Arschlöcher. Und die sind das Problem, weil sie aktiv andere Menschen ausschließen. Und da ist es komplett egal, woher sie kommen oder an was sie glauben. Ich finde, das ist so eine verlogene, vorgeschobene Debatte. Das zu sagen, dass irgendwie Religion zu einem Land nicht gehört oder andere Kulturen nicht zu einem Land gehört. Doch, natürlich. Und es macht aus, und gerade als Welt macht es uns aus, dass wir viele verschiedenste Menschen irgendwie haben und Kulturen haben und uns austauschen können. Das macht doch eigentlich das Leben viel cooler und viel spannender. Und dass andere Menschen halt anderes an das Handhaben. Aber dazu gehört nicht. Und dazu sage ich explizit nicht. Und ich finde auch nicht, dass das zu Kultur gehört, Menschen zu unterdrücken. So, das gehört nicht dazu. Und das ist auch kein Kulturausgleich, nur sowas, wenn man dagegen ist oder irgendwas. So, wir sollten gegen Menschenfeinde sein. Und wir sollten gegen Tierquälerei sein, weil auch da gibt es in manchen Kulturen Dinge, die nicht cool sind. So, und das ist aber dann die Punkte, sind das Problem und nicht das Ganze an sich. Und dass das Leute schon nicht differenzieren. Und das macht die AfD, befeuert das ja so gerne. Und sie befeuert immer wieder diesen Hass gegen Menschen, die wo auch immer herkommen oder geflüchtet sind. Aus guten Gründen. Und gegen die wird dann gehetzt. Weil es auch einfach funktioniert. Dabei ist die größte Gefahr, gerade für queere Menschen, nicht Menschen, die herflüchten, weil sie keine andere Möglichkeit haben, sondern die Rechtsextremen und Rechten. Und die haben wir im Land zu Genüge. Und gerade wenn die AfD das sagt, ist das widerlich hoch 10. Weil die AfD ein Grund ist, warum marginalisierte Menschen Angst haben. ... und unsere Werteordnung, Zitat Ende, heißt es weiter. Ich will Ihnen etwas sagen. Weder queere, Geflüchtete noch muslimische Menschen, sondern SIE sind eine Gefahr für diese... Einfach, 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 ich kann einfach vorhersehen. Einfach genau das, es tut mir so leid, warum habe ich dir alles vorweggenommen? Red einfach weiter. ...weder queere, Geflüchtete noch muslimische Menschen, sondern SIE sind eine Gefahr für diesen Staat, für diese Gesellschaft und für unsere Werteordnung, meine Damen und Herren. ... auch Menschen mit Beeinträchtigung hat die AfD als Zielscheibe ihres Hasses identifiziert. Hören Sie doch einfach zu und hören Sie auf zu brüllen, ehrlich. Erst kürzlich bekräftigte Björn Höcke in einem Sommerinterview, dass die inklusiv... Ihr flirten können Sie sich irgendwo... Sie wissen schon. Also. Da müssen Sie es wohl hinnehmen, dass Ihr Flirtversuch aber echt erbärmlich scheitert bei mir. Applaus Die Kartoffel kommt nicht ursprünglich aus Deutschland, also wenn Deutschland nur deutsche Kultur haben wollte, raus mit Kartoffeln. Ja, aber das ist ja auch generell, es gibt ja immer einen Austausch. Gerade jetzt auch durch, durch das Internet haben wir so viel Austausch mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen, was eigentlich so bereichernd ist, weil man so viel lernen kann von anderen Menschen und anderen Kulturen. Weil gerade wir hier haben schon einiges an Scheiße gebaut und tun es immer noch. Ähm, also sollten wir vielleicht mal so ein bisschen was von anderen Leuten lernen, von anderen Kulturen lernen, von anderen Ländern lernen, von anderen Menschen lernen. Ähm, das würde uns so gut tun. Ähm, und das ist nichts, was irgendwie irgendwas kaputt macht. Und wenn das dein, weiß ich nicht, Weltbild kaputt macht und deine deutschen Werte kaputt macht, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass sie kaputt gehen. Also, nicht alle Werte sind es einfach, sind es wert, erhalten zu bleiben, also erhalten zu werden. So, es gibt Menschen, manche Menschen, also Sachen und Situationen, die sind einfach scheiße. Und es ist gut, dass wir uns davon wegentwickelt haben. Wir haben nämlich einige Sachen auch in der Vergangenheit gemacht, aus dem Mittelalter rum, wo es gut ist, dass wir das nicht mehr machen. Und auch jetzt gibt es Dinge, die gut wären, wenn wir sie nicht mehr machen würden. Aber ja, Islamisten sind doch eh nur Rechtsextreme mit anderen Reden. Das ist schon weird, dass es immer explizit separat kassifiziert wird. Und das ist genau das, was ich meine. Am Ende sind es Rechts- und Rechtsextreme, die das Problem sind. Aber ja. Frau Präsidentin Süß, meine Damen und Herren. Wollte ich auch gerade schreiben, gerade Björn Höcke meinte, dass die Integration von Menschen mit Bildern ungescheitert sei. Also, wir wollen ja auch eigentlich Inklusion und nicht Integration, ne? Das sind ja auch nochmal ein bisschen andere Dinge. Und ich möchte eine ganz, ganz große Inklusion von Menschen mit Behinderung. Was Björn Höcke möchte, ist was ganz anderes. Gerade auch jetzt kam ja wieder der Fall mit, dass ein Wohnheim von Menschen mit Behinderung angegriffen wurde, beziehungsweise beworfen wurde mit einem Stein, wo, glaube ich, auch irgendwas draufstand mit Euthanasie. Ist auch ein Begriff, der, soweit ich weiß, nicht mehr so genutzt werden sollte, weil er heißt, oh mein Gott, ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Übersetzung, was Euthanasie heißt, aber der das einfach viel zu beschönigt, dieser Begriff. Am Ende ist es halt, ja, schöner Tod, genau. Was halt einfach nur widerlich ist. So brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wieso sind wir uns da einig, dass Menschen mit Behinderung töten nicht schöner Tod heißen sollte, sondern es ist einfach Mord und es ist eine Auslöschung von einer magnetisierten Gruppe. Und das sind Dinge, die wieder in Deutschland, aber eigentlich auch durchgehend in Deutschland, jetzt aber vielleicht nochmal verstärkt, dadurch, dass wir eine AfD in der Regierung haben, die eben auch Hetze, Hass und Hetze betreibt. Wir haben generell einen Erstarken von Rechten und Rechtsextremen in der Gesellschaft. Und natürlich da sind Menschen mit Behinderung auch einfach wieder das erste Ziel oder eins der ersten Ziele. Und auch da ist halt auch, das ist einfach eine riesige Gefahr. Und ich wäre für eine große Inklusion. Wir haben halt eine Gesellschaft geschaffen, was unfassbar eklig ist. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, wo wir Menschen mit Behinderung komplett ausgrenzen. So, wir haben keine funktionierende Inklusion oder keine Umstände haben wir die. Wir separieren Menschen mit Behinderung ab Sekunde eins. So, und wir separieren sie in Behindertenwerkstätten. Wir exkludieren sie in Schulen, in Kindergärten, überall. Weil wir sagen, ja, das ist nicht möglich. Es ist möglich. Es ist wirklich möglich, wenn wir es wollen würden. So, aber wir wollen es scheinbar nicht als Gesellschaft, sondern haben sie immer als extra nebenbei laufen. So, weil sie ja nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können und keine Ahnung. Und ganz ehrlich, wenn das so, selbst wenn es so sein sollte, dass wir sagen, wir können sie in unseren jetzigen Arbeitsmarkt nicht inkludieren, dann ist unser Arbeitsmarkt scheiße. Und dann sollten wir den ändern. Und genauso ist es nämlich auch mit Schulen und so weiter. Wenn wir sagen, ja, das ist nicht möglich, weil unser Schulsystem, ja, dann ist unser Schulsystem scheiße. Dann sollten wir unser Schulsystem ändern und nicht Menschen mit Behinderung ändern oder die irgendwie ausgrenzen. Das ist doch komplett nicht der Ansatz, den wir haben sollten. Und ich verstehe es nicht, dass wir es bis jetzt, bis heute nicht geschafft haben, das hinzubekommen. Gerade, gerade bei unserer Geschichte, gerade bei der deutschen Geschichte, hätten wir es jetzt so was von hinbekommen müssen, dass wir Menschen mit Behinderung inkludieren. So, und wir schaffen es nicht. Weil wir es nicht wollen. Wir könnten es schaffen, wenn wir was dafür tun würden. So, aber das Problem ist, dass eben auch da wieder Menschen mit Behinderung nicht gesehen werden. Weil wir haben sie ausgegrenzt. Aus der Gesellschaft. Surprise. So, und das ist einfach was, was mich so ankotzt. Und ich folge ja sehr, sehr vielen BehindertenaktivistInnen. Ähm, auch auf Twitter. Und auch da, und ich verstehe es total, da haben sich so viele aufgeregt, dass auch dieser Fall jetzt mit dem, mit dem Stein und mit dem Euthanasie und so weiter, dass das einfach kaum Aufmerksamkeit bekommt. Und das stimmt. So, die Menschen, die das dann aufmerksam darauf gemacht haben, sind Menschen mit Behinderung selbst. Und es wurde viel zu wenig darüber berichtet, obwohl das so massivst gefährlich ist. Und komplett an düstere Zeiten erinnert. Ich habe auch nichts davon mitbekommen. Und guck, das, das meine ich. So, aber wir auch. Weil niemand darüber berichtet. Und das ist richtig krass. Keine Ahnung. Das deutsche Schulsystem ist so ein veralteter Abfuck, total. Also komplett. Wir sollten das reformieren. Einfach so. Und Grund auf. Und dann bitte direkt inklusiv gestalten. So, ich weiß, haben damals die Nazis bei T4-Aktionen Mord mit Gas erst mal angewandt. Also, die miniaturische Politik bei einer Gruppe wird richtig schnell auf andere übertragen. Ja, total. Ich habe es auch nur durch einen Bekannten mitbekommen, der selbst zur Community gehört. Ja, ich musste auch Menschen mit Behinderung folgen. Also, ich habe auch auf Twitter, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe bei Twitter, ey, Moment, ich gucke mal ganz kurz. Da kann ich nämlich oben einstellen. Moment. Ah, es ist so geil, dass ich die Übernachrichtung komplett ausgestellt habe, ne? Ähm, kann ich einstellen. Da steht dann, ich sehe das überhaupt nicht, ne? Mach mal ganz kurz groß. Es tut mir leid. Ähm. Ne, sieht's auch nicht. Das ist Hand of Blood, aber den meine ich nicht. Da drüber steht ja für dich, folge ich. Und dann habe ich da noch so einen extra Reiter mit behinderte AktivistInnen. Da gibt's nämlich, das kann man so anheften. Und da bekomme ich dann Menschen, die auf dieser Liste sind. Weil es gibt so Listen auf Twitter. Und da bekomme ich das halt mit. So, da posten dann. Da kriege ich halt so Infos mit. Das ist aber auch alles. Sonst würde ich es auch nicht mitbekommen, so. I don't know. Ist halt übel. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen. Ich bin wütend. Das tut mir leid. Aber. Zumindest hat ein AktivistInnen ganz viele Ansätze. Zum Beispiel von Raoul Krauthausen. Genau, Werkstätten abschaffen, das Geld in Inklusion am Arbeitsmarkt stecken. Oh ja, Sonderschulen abschaffen, inklusive Schulklassen mit Sonderpädagogik schaffen. Generell dieses mehrgliedrige Schulsystem ist ja auch. Quatsch. Aber ja. Da kann ich auch, wie gesagt, folgt Menschen mit Behinderung. Ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin für was sollte man tun für Menschen mit Behinderung. Weil ich bin selbst nicht betroffen. Ich kann nicht darüber entscheiden, was Betroffenen helfen würde. So. I don't know. Ist einfach nicht mein Raum. Und deswegen lest auch Bücher. Raoul Krauthausen hat auch mehrere Bücher geschrieben. Ich bin derzeit sogar bei einem dabei, das zu lesen. Das ist halt sehr... Es ist halt sehr theoretisch, ne? Das ist für mich, deswegen muss ich das immer so Häppchen genießen. Ähm, aber was ich derzeit von Raoul Krauthausen bin, das heißt... War das denn überhaupt auf Audible? War das denn aus meiner Bibliothek? Äh, genau. Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden. Finde ich sehr gut. Und dann wollte ich noch lesen, wie kann ich was bewegen. Das habe ich dann noch vor mir. Ähm, also auch mal Leseempfehlungen und Folgeempfehlungen. Gibt es aber auch viele, viele Menschen, die da sehr wichtige Arbeit machen. Dann würde ich mal sagen, wir machen weiter. Herr Oster, die AfD ist keine Gefahr für die Demokratie, sondern für die CDU. Und deshalb rät ihr Vordenker Andreas Rödder ja auch, dass sich die CDU zukünftig von der AfD tolerieren lassen sollte. Im Ministerin Fäser mag ungerecht mit dem ehemaligen BSI-Chef Schönbrunn umgegangen sein. Möglicherweise auch den Verfassungsschutz instrumentalisiert haben. Möglicherweise... Ich weiß nicht, wer das ist. Fraktionslos, von wo kommt der? ...missbraucht haben. Doch das CDU-Mitglied... Herr Abgeordneter, Sie haben das Präsidium nicht gegrüßt. Frau Präsidentin... Habe ich mir gerade gesagt. Haben Sie gesagt? Ich heiße Özoos, aber es reicht, wenn Sie Frau Präsidentin sagen. Vielen Dank. Nehme ich so auf. Ich möchte nur der Ordnung... Habe ich mir schon, als es von der Richtung klangst. ...halber zumindest bemerkt haben, dass das nun wirklich von einer parlamentarischen Sprache meilenweit entfernt war. Und ich mir einen besseren Ton in diesem Hause ja nur wünschen kann. Ja, da gibt es nicht von Menschen von rechts. Da kannst du lange drauf warten. Die Attraktivität Europas wird aber bleiben. Denn das Gefälle des Lebensstandards wird bleiben. Lieber in Deutschland auf Stütze leben, als in Afrika arbeiten. Also... Das ist doch das Problem. Wir sollten vielleicht mal Menschen und andere Länder nicht ausbeuten. Dann könnte man vielleicht auch wieder dahin kommen, dass es nicht so unausgeglichen ist. Und ja, solange es das ist, kann ich jeden verstehen. Vor allem, wie gesagt, niemand macht das aus Jux und Tollerei. So weit fliehen. Ohne alles. Und die Heimat verlassen. Ähm. Aber gut. Und kann ich jeden verstehen, der hierher kommt? Ey, klar, kommt her. Also wirklich. Solange wir nur Scheiße bauen und wir Schuld darin sind, und zwar mit Großmitschuld darin sind, dass Menschen fliehen müssen, auch wegen Klimawandel und Co. Oh ja, solange kommt her. Wirklich. Heißt die Lösung, wenn die nächste Flotte von Wohlstandsmigranten in Europa einfällt, gute Rückreise. Wohlstandsmigranten ist auch so eine widerliche Wortschöpfung, ne? Baut euch einen schönen Kontinent auf. Herr Burio, ich entnehme Ihren Worten. Ja, und danach auch, wenn es einen Grund für euch gibt, kommt her. Absolut. Also ich bin auch dafür, dass jeder Mensch vielleicht auf der Welt leben dürfte, wo die Person möchte. Das wäre fein. Aber ich bin ja auch, ich träume ja auch von keine Grenzen. auf der Welt. So, das wäre ja noch so ein bisschen mein Wish. Ich habe einen Bizeps, ich habe voll den Bizeps. Äh, ist so anstrengend. Guck. Nein, nee, ist so anstrengend. Aber es ist hart. Wir haben der Flex, voll der Flex. Vom Land, in dem wir für immer... Ach ja, genau, ja. Wenn ich das nachher nochmal nachlese, werde ich mich dazu gegebenenfalls nochmal äußern. Sondern, dass sie traumatisiert... Nicht jede geflutene Person kommt aus Wirtschaftskründen. Einmal das. Und zweitens ist es auch okay, wenn Menschen aus Wirtschaftskründen fliehen. Das sind keine schlechten Gründe. Wenn du dir auch nichts essen leisten kannst und so weiter und so fort, ist das ein guter Grund zu fliehen. Wenn du auch hart und so weiter und so fort, das rufst euch ein Willi. Liebe Leute, danke. ...Menschen hier auf untätige Art beleidigt haben. In meinem Umfeld sind Menschen, die dann sagen, es kommt ja aber nur die her, die es sich leisten können. Schlepper und die eine gewisse Bildung haben und die Länder deshalb weiter destabilisiert werden und wir vor Ort besser helfen sollten. Weiß nie, wie ich darauf reagieren soll. Hast du... Und... Oder chat da einen Tipp? Also ich würde ihnen entgegenkommen und sagen, ja, wir sollten da helfen, wo sie das wollen. Also wir helfen ja, also auch zum Beispiel die Griechenland-Unterstützung, das ist ja komplett wack, ne? Wir haben das Geld in die Banken gepumpt. Das ist nicht das, was den Leuten hilft. Den Menschen, die da verhungern, hilft es nicht, wenn wir Banken vor Ort reicher machen. Die sind da nicht so lieb und verteilen das einfach. Nur mal so. Deswegen sollten wir vielleicht den Menschen helfen, wie es ist. Und ja, natürlich fliehen die Menschen, die sich das leisten können. Natürlich. Und da bleiben super viele Menschen zurück. Die auch fliehen wollen, aber die Möglichkeiten nicht dazu haben. Und deswegen sollten wir den Menschen helfen, die eben genau das haben. Und auch das mit den Schleppern, dass das teurer ist. Guck mal, was könnten wir da tun? Wenn Menschen, solange sie jetzt noch fliehen müssen, fliehen. Wir könnten denen helfen, sodass sie nicht teuer Geld bezahlen müssen, um zu fliehen. Sondern Fluchtwege ermöglichen. Das könnten wir machen. Und dann könnten Menschen, die arm sind, auch fliehen. Und gleichzeitig, wo die Menschen fliehen und wir diesen Menschen helfen, Wenn wir gleichzeitig versuchen, dort den Menschen helfen, zu helfen. Und das kann gleichzeitig passieren. Weil die Menschen wollen ja auch nicht ewig von ihrer Heimat getrennt werden. Da gibt es einige, die finden das auch nicht geil. Und die würden schon gerne da zurück, aber halt nicht unter den Umständen. Und deswegen, solange sollten wir doch den Menschen helfen, Leben zu haben. Grundsätzlich viel freie Wahl des Wohnortes weltweit, egal ob Ausbeutung, Klimawandel oder nicht. Aber das ist einer der Gründe, warum Menschen sterben voll. Das schaue ich mir nachher an und behalte mir entsprechende Maßnahmen vor. Daraus ist aber nicht, als Grundprinzip unseres Handels im Bereich Flucht und Asyl, das amoralische und unmoralische zu machen. Und man sollte sich auch an diesem Prinzip, kleiner Wink zur Union, das amoralische und unmoralische zum Leitprinzip von Migrationspolitik zu machen, kein Beispiel nehmen. Denn am Ende wird es nicht in Erfolgen der Union münden, sondern in weiteren unverdienten Erfolgen der Rechtsextremen. Das stimmt. Aber, also ja, ich stimme da Helge zu. Aber, es ist ja leider etwas, was derzeit die Regierung auch nicht ganz, also auch so ein bisschen mitträgt, ne. Also, die sollten sich vielleicht auch mal dagegen stellen. Anstatt zu sagen, mit Bauchschmerzen abzuschieben. Ist zwar vielleicht toller als ohne, aber, also wenigstens schämst du dich dafür. Aber am Ende des Tages sind Menschen sterben daran. Also könnt ihr vielleicht bitte... Und Faschisten und Nazis in unseren Parlamenten. Lieber Herr Lindischer, teile Ihnen unter anderem für die Verwendung des Begriffs Nazi einen Ordnungsruf. Doch, das haben wir... Er hat die AfD nicht als Nazi gezeigt. Er hat abstrakt vorgeworfen, dass Nazis sind... Nicht die AfD als Nazi-Partei bezeichnet. Warum denn nicht? Meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, was mich aber... Was mich noch viel mehr, und Sie beweisen es ja gerade wieder, entsetzt, dass es sich in einem Maß, Sie von den Grünen und der SPD, mit Ihrem Geschrei hier auf diesem Rednerpult, auf dasselbe Niveau wie die begeben haben, dass es einem kalt den Rücken runter... Das ist ja auch so bescheuerte Aussage. Weißt du, stellt sich da hin, weil er gewütend ist wegen Flüchtlingspolitik, weil wir Menschen sterben lassen sollen, laut CDU und AfD? Und stellt das auf dieselbe Ebene wie die AfD, die einfach nur menschenfeindliche Parolen raushaut, ist halt auch einfach wirklich eklig. So, meine sehr verehrten Damen und Herren... Ja, das ist diese Brandmauer, von der in die Reden... ...brüllen macht es auch nicht besser, Frau Bünger. Irreguläre Migration. Wer irregulär an unser Land kommt, zeigt schon beim Grenzübertritt, dass er die Regeln dieses Landes nicht zu achten gedenkt. Boah, halt dein Maul. Sorry, aber... Wie kann man denn so eklig sein? Es gibt Menschen, die fliehen, ohne irgendwas dabei zu haben. Wusstet ihr, dass es echt dann schwer ist, irgendwo hinzufliehen? Und anstatt dann hier zu sagen und wieder gegen Menschen... Geflüchtete Menschen zu hetzen, hätte man auch einfach sagen können, okay, wir geben euch jetzt die Möglichkeit, rechtens hierher zu fliehen, ohne euch dann strafbar zu machen. Und hier zu sagen, Menschen, die fliehen und nichts dabei haben und deswegen unsere Rechte missachten, weil es dann nicht rechtens ist, dass sie hierher fliehen, dass man die Menschen unterstützt und sie einfach, also wie sie macht, einfach nur kriminalisiert und sagt, sie gehören da nicht hierher, ist doch einfach nur eklig. Sorry. Er zeigt, dass die Souveränität eines Landes und seiner Bürger nicht respektive... ...zu sagen, also wie sie gerade sagt, dass Menschen, die hierher fliehen und das irregulär machen, schon nicht zu Deutschland gehören, weil sie deswegen, weil sie schon das Gesetz damit brechen, ist ja so eklig und so realitätsfern von Menschen, denen es so dreckig geht. Das ist so krass. ...und er zeigt auch häufig durch Verschleierung der eigenen Identität, dass es, jetzt hören Sie ja wenigstens jetzt, zum Schreien auf, Herr Pahlke. Mann, Mann, Mann. Sie sind der Mann, der 91 geboren ist und sich an Vorgänge von 92 erinnert. Die kann ja nur heftig gratulieren. Unglaublich. Hä? Wusste die, dass es Dokus und Zeitungen und Aufnahmen von 90 gibt? Und 91 und 92? Das ist jetzt nix. Also, die weiß einfach nicht, wie Geschichtsbücher funktionieren. Kann das sein? Ich find das so wild. Das ist wie... Das war, als Söder im Interview war bei... Oh, ich weiß nicht mehr wen, aber ein relativ junger Mensch war das. Und dann gefragt wurde ja so, das war ja damals. Und Söder meinte, ja, du warst ja nicht dabei, du kannst das nicht wissen, so like. Also nicht ganzer Wortlaut, aber basically das gesagt. Und man dachte sich so, hallo, du kannst das alles nachgucken. Das ist jetzt nicht so, als müsstest du live dabei gewesen sein, um zu wissen, was da gesagt wurde, weil das wurde aufgezeichnet. Das ist so lächerlich. Also, keine Ahnung. Unglaublich. Also, was wir für einen Blödsinn hier am Pult ablassen, darf ich unglaublich. Seit fast zwei... Bei der letzten Aussage stimme ich jetzt zu. Drei Jahre trommle ich nun als Oppositionsabgeordneter und langjähriger Verkehrsunternehmer für wirksame Maßnahmen gegen den Fahrermangel. Straffung der Ausbildung auf österreichisches Maß, unkomplizierte... Halten Sie doch noch mal die Klappe da vorne. Vielen Dank. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass für Ruhe und Ordnung in diesem Hause ich sorge. Und Klappe da vorne ist kein ordentlicher Ausdruck. Sie sind knapp 23.30 Uhr an einem Ordnungsmaßnahmen vorbeigeschrammt. So. Herr Janich, Frau von Storch, Sie... Bezahlt mehr. Das ist am Ende halt das, ne? Also, wenn irgendwo auch immer irgendwie Pflegemangel und sowas höre, denke ich so, ja, dann vergütet die Menschen genug und gibt ihnen gute Arbeitsumstände. Und machen Menschen diesen Job auch? Weil ich kenne viele Leute, die da mal gearbeitet haben, aber es nicht mehr tun. Wegen den Umständen. Obwohl das Menschen sind, die das sehr, sehr gerne noch tun würden. Weil das an sich ein sehr, sehr wichtiger Job ist und für viele auch ein sehr erfüllender Job ist. Aber es halt nicht sein kann, wie es jetzt ist. Und deswegen gehen Menschen aus diesem Bereich raus. Gerade auch während der Corona-Zeit, wie viele Menschen halt komplett überfordert waren in Pflege. Und das ist halt einfach dafür zu sorgen, dass die Menschen dafür, was sie tun, entlohnt werden. Und das ist eigentlich, also gerade Pflegebereich und alles, was so öffentlich für die Öffentlichkeit ist, für die Gesellschaft ist, sollte meines Erachtens nach viel höher bezahlt werden als alles andere. Aber gut. Wir haben die Kollegin Bünger und diese Debatte in Zusammenhang gebracht mit der DDR-Diktatur, indem sie von Mauermördern... Die Bank wird wieder in staatlicher Hand ja einiges. Krankenversicherungen. Krankenhäuser. Man sollte nicht mit dem Leid von Menschen und mit kranken Menschen Geld verdienen müssen. Das ist absolut widerlich. Und deswegen alles, was so in die Richtung geht, sollte nicht irgendwie an die Wirtschaft gekoppelt sein. ... Partei gesprochen haben. Das ist weder in Bezug auf Frau Bünger, deren Geburtsjahr, wie ich gerade nachgeschaut habe, das Jahr 1986 ist angemessen. Noch ist es angemessen in Bezug... ... Wasser und Strom auch. Ja, ich finde aber auch so Grundnahrungsmittel auch. Das hatten, glaube ich, entweder Rom oder Griechenland für eine Zeit lang gab es das. Dass auch Brot oder sowas gefördert wurde, staatlich. Und Bäckereien, die das hatten, halt irgendwie so kostengünstig oder kostenfrei sogar irgendwie abtreten. Also abgeben konnten quasi das Brot. Da war dann auch so ein Siegel drauf. Ich bekomme es leider nicht mehr ganz zusammen. Aber es gäbe so Konzepte und es gab so Konzepte schon mal. Und wäre cool, wenn die Konzepte, diese einzelnen Konzepte zumindest wiederbringen könnten. Nicht alles bitte von Rom. Bitte, bitte, bitte nicht. Aber es gibt Konzepte aus einzelnen Kulturen, die schon sinnvoll waren. Auf den Inhalt der Debatte, die wir heute hier führen. Deswegen erteile ich Ihnen beiden eine Rüge. Und dargestellt als Garant für eine regelbasierte Weltordnung. Das Gegenteil ist der Fall. Kommen Sie bitte zum Schluss. Die meisten, ich bin noch nicht zwei Minuten. Die meisten, nein, bin ich nicht. Doch, zeigen Sie das. Zeig Ihre Uhr an. Es steht einfach über der Uhrzeit. Robert ist einfach, Robert ist einfach, das ist einfach die Uhr. Keine Uhr weiß mehr, wie Uhrzeit ist als Robert. Ich muss sagen, sie hat doch, die Uhr zeigt es an. Nein, tut sie gar nicht. Sie kann es gar nicht zeigen. Keine Seite und ich weiß, dass es keine zwei Minuten sind. Ja, die Uhr geht aber nicht falsch. Kommen Sie bitte zum Schluss. Doch, die Uhr geht falsch. Er weiß es doch. Er hat doch einen Zettel. Hör mal. Er hat das mehrmals vorm Spiegel geübt. Und weiß, dass es keine zwei Minuten dauert. Gut, vielleicht hat er ein bisschen langsamer geredet oder zu langsam angefangen. Aber er hat einen Zettel. Er hat nicht mal Seite 1 geschafft. Mann, lass doch den Namen, Robert. Ja, auf dem Zettel steht doch die Uhrzeit. Und da steht zwei Minuten drauf. Wenn ich etwas sage, was Ihnen nicht gefällt, haben Sie jetzt gestoppt, obwohl die zwei Minuten nicht durch sind. Doch die zwei Minuten sind durch, Robert. Robert, bitte, lass es doch. So, und deswegen sage ich, als die letzten Bemerkungen... Drei Stunden später. Jesus, wirklich so. Denkst du jetzt mal an, wir gehen die Schilder auf. Das waren keine drei Stunden. Das waren noch nicht mal zwei Minuten. Der weiß das doch. Mann. Die meisten Brüche auf der Welt für Interventionen sind durch... Oh, wie er lacht. Oh mein Gott. ...durchgeführt worden... Er redet auch einfach weiter, ne? Er lässt es sich auch nicht... Er lässt es sich auch nicht sagen. Er sagt, nee, das sind nicht zwei Minuten, also waren das nicht zwei Minuten, also rede ich jetzt. Kann man dir nicht einfach dann das... Das Mikrofon ausschalten? Das willst du auch machen, ja? Es ist einfach... Unfassbar. Durch die USA. Menschenrechte in Guantanamo haben wir erlebt. Doch. Okay. Sie können es ausschalten. Von Dikapad... Dikapizu-Aft ist auch in der Sklasse wirklich wild. Herr Fahler, bitte gehen Sie vom Mikro weg zu Ihrem Platz. Sie... Die Sache ist nur heute. Legenden besagen, er steht noch heute da und redet. Ohne Mikrofon. Die haben in der Zwischenzeit einfach in den Sitzungssaal gewechselt. Weil er ist einfach nicht gegangen. Die haben einfach so neben Bundestag noch einen zweiten gebaut. Einfach, weil er nicht gehen wollte. Er steht da heute noch. Herr Fahler, bitte gehen Sie vom Pult weg. Hiermit erteile ich Ihnen ein... Jetzt teile ich glaube auch. Den Ordnungsruf... Den Namen... Unfassbar manche Menschen, oder? Und die sind im Bundestag. Was wird denn alles in dem Bundestag gewählt? Ende ist das... Das sind überraschenderweise alles Menschen, die entweder bei der AfD sind oder waren. Das, was uns ausmacht. Wir sind Deutsche. Wir sind ein Volk. Oh nein. Und wir lassen niemand... Mh, weh sich nicht, Eugen. Man bin zurück. Herr Schmidt, wir haben eine Vereinbarung, dass wir hier keine Flacken... Unangenehm. Das weiß ich nicht, Digger. Ich weiß auch nicht. ... oder große Plakate hochhalten. Und da wir das schon mehrfach gesagt haben, erteile ich Ihnen hiermit einen Ordnungsruf. Ich erteile der Abgeordneten von Storch einen Ordnungsruf. Gut. Ich glaube, die haben... Das gab noch gar keine Sitzung vorher. Das war jetzt einfach so. Das war der Einstieg. Sie hat sich gerade hingesetzt und hat einfach einen Ordnungsruf ausgeschickt. Also das wäre meine Traumvorstellung. Deswegen stelle ich mir jetzt einfach vor, das wäre so passiert. Okay. Weil ich glaube, das wäre was ich... Deswegen dürfte ich niemals in dieser Position sitzen. Das ist etwas, was ich machen würde. Ich würde mich hinsetzen und dann sagen, okay, wen von der AfD nehme ich heute? Die Frau Storch. Du bekommst einen Ordnungsruf. Einfach so. Weil sie gerade... Genau, einfach Präventivmaßnahme. Ich weiß, du wirst heute scheiße reden. Du bekommst einen Ordnungsruf. Ich darf die Präsidentin kritisiert haben und ich darf nach der Geschäftsordnung den jeweiligen Redner oder die Rednerin zur Sache animieren in der Rede. Das ist die Geschäftsordnung und das mache ich bei allen. Und ich habe vier Minuten gewartet, Ihre Rede, ob Sie auf das Thema Clankriminalität noch kommen. Und insofern diskutiere ich das nicht mit Ihnen. Wir können das gerne noch im Ältestenrat diskutieren. Aber der Ordnungsruf, den bekommt die Frau von Storch, weil sie mich in der Sitzungsleitung angegriffen hat. Im Bundestag ist der Bingo-Zettel wahrscheinlich immer schnell voll tot der Eier. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Feierabend. Oh mein Gott. Ey, das war auf jeden Fall interessant als das letzte Mal. Es war auch sehr belastend. Wenn ihr das hier auf YouTube seht, seht, sud, man weiß auch nicht, wie man es nennt, dann lasst gerne jetzt ein Abo da und ein Follow da und aktiviert die Glocke und schaut euch andere Videos an. Was sagt man noch so auf YouTube-Chat? Wisst ihr was? Wisst ihr, was man noch so auf YouTube sagt? Äh. Äh. Und checkt meinen Zweitkanal aus. Und klickt bei der Endcard auf diese ganzen komischen Symbole, die hier rumklicken. Und so. Und kauft meinen Scheiß. Und wählt nicht die AfD und geht wählen. Liken, kommentieren. Was ist eure Meinung dazu? Genau, eure Meinung zu, worüber haben wir geredet, Abelismus. Oh nein, die will ich glaube ich nicht hören von YouTube. Was ist eure Meinung zu, äh, mh, zu AfD gerne in die Kommentare. Äh, danke fürs Zusehen. Danke. god Andy. Vielen Dank.